...Aufball. Eine Glanzleistung des Keepers. Haaland hat da wahrscheinlich gedacht, der Keeper wäre schon geschlagen, aber denkst du? Neymar. Ronaldinho. Da ist es passiert. Sie schaffen es zurück in dieses Spiel. So eng sie ihn auch zu decken versuchen, sie können ihn nicht am Schuss hindern. Haaland ist ja ein Spieler, der wie kaum ein anderer seinen Körper einsetzt, der den Ball baut.